Und wo bist du? Ich such dich noch. Wo suchst denn du mich? Wollen wir zu Hause? Ach, da bin ich doch gar nicht mehr. Ah, jetzt bin ich bei der Letztver. Was? Wo krieg ich denn jetzt ne Batterie her? Wo bist du? Ich bin direkt unter dir, du... Scheiße, ich dachte einfach, du würdest... Ich wäre nicht aufgefallen. Ähm... Ja, was kann man denn craften? Äh... Hab ich hier nicht... Ähm... Okay, das war woanders. Da. Löcke... Wir brauchen Sand, wir brauchen Gift. Was willst du noch machen? Äh, für Batterien, so alles herstellen. Du musst gleich gucken. Äh, wir haben keinen Sand... Wir brauchen Sand, denn wir brauchen Gift. Gift hab ich leider schon alles verbraucht für dieses... Nicht, warum ich gerade glaube es da. Damit ich hier erstmal... ...den Raum ausbessern kann. ... 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 Oh Mann. Ich will jetzt da mich flicken. Uh, einhändiges Zer... Das habe ich gerade... Achso. Heilung. So. Ist das schonmal erledigt. Ähm... Also sowas wie die Ellenmaske und so. Kaufe ich ja. So, wie kommen wir am schnellsten jetzt an Gift und Sand? Sand. Wir bauen Planeten, wo... Keine Ahnung. Ah, du kennst dich doch bestimmt da aus in der Branche. Ja klar. Und am besten nicht mehr sterben. Ähm... Kann ich mich hier hinten irgendwas machen? Achso, da. Pfeusen. Copperwire. Äh, was hast du davon schon? Für die Batterie? Äh... Wir brauchen Sand und wir brauchen Gift. Für die Batterie brauchen wir Gift. Also du willst jetzt die Batterie machen? Ich will die Silkenboards... Also diese Schaltkreise da machen und... Äh, ich will die Batterie machen. Okay. Silkenboards kann ich machen. Hast du Sand? Wie viele... Ja, wie viele brauchen wir davon? Mach so viele wie du kannst. Zwei. Zwei, das reicht nicht. Das reicht nicht mal ansatzweise. Wir brauchen für das eine zehn, für das andere fünf. Ähm... Wir brauchen viele. Ach kaka. Hä? Okay, jetzt ist er voll. Ähm... Ich kann gerade nämlich nicht sehen wie viele wir brauchen. Das ist ein bisschen blöd. Ähm... Sand. Sand. Worum kümmerst du dich jetzt von den Bauteilen? Ich kümmere mich schon gerade um gar nichts. Ich muss gleich drücken. Was musst du? Gleich drücken. Oh, ich könnte Käse machen. Ich könnte... So ein Kupferding kann ich machen. So eine Spule. Wie viele Batterien brauchen wir denn? Weißt du das? Ähm... Guck doch mal hier bei den ganzen Sachen, die noch abgelegen können. Also hier bräuchten wir... ...eine Batterie. Hier bräuchten wir... ...eine Batterie. Schon zwei Batterien. Also ich könnte jetzt 23 Kupferdinger machen. Diese Spulen. Auch Batterien? Ja. Für die Spulen. Für die Batterien brauchen wir auch die Spulen. Drei Stück? Hast du gesagt? Was? Nein. Was? Drei... Batterien mindestens. Dann brauchen wir wahrscheinlich hier auch noch eine Batterie. Ja, gehen wir eben alles durch. Dann kann ich mich die ganzen Spulen schon mal fertig machen. Ja, mach so viele wie du kannst. Das ist doch egal jetzt. Das ist nicht so wichtig. Wenn wir ein paar wären, das ist nicht... Wir müssen jetzt nicht alles... Wir sind hier keine Komplisten. Ich mach einfach mal zehn Stück. Ja. So, fehlt nur noch Gift. Ja. Und Sand, wir bauen noch diese Silicon Boards. Ähm... Brauche ich hier gar nicht. Die AA... Ach so, jetzt war... Die da drunter, glaub's. Nee. AA-Batterie, ne? Ja, und für manche andere Sachen brauchen wir auch Silicon Boards. Nicht, nicht Batterien. Silicon Boards, keine... Wir brauchen keine AA-Batterien. Ja, die Silicon Boards, davon hab ich jetzt zwei gemacht. Ja, das reicht aber trotzdem nicht. Ich baue auch mehr Silicon Boards. Ja. Wo steht das? Ach so. Ah. Ach, mächtig. Genau. Versteh ich das. Ähm... Und welches von den Dingern müsst ihr upgraden, um an diese... Dings zu kommen, fürs Geld? Äh, hier. Engineer's Table. Da bauen wir 5 Silicon Boards, eine Batterie und 6 Durastil und Copper Wire. Das heißt, wir brauchen irgendwo Gift. Was brauche ich für die Silicon Boards? Ich kümmere mich um die Silicon Boards. Das heißt, wir brauchen irgendwo Gift. Das heißt, ich brauche Sand. Nee, das kümmere ich mit, kann uns gehen. Haben wir noch Sand bei uns im Inventar? Hier oben nicht. Du hast bei dir noch zwei Batterien und drei... Ah ne. Das... Also zwei Batterien hast du bei dir noch in der Kiste, ne? Oder? Hab ich? Hab ich? Zwei Batterien. AA-Batterien oder Batterien? AA-Batterien. Ja, AA-Batterien brauche ich nicht. Ich brauche Batterien. Achso. Ähm... Ich brauche Sand. Ja, AA-Batterien brauche ich nicht. Achso. Und wo kriege ich Sand her? Wahrscheinlich unten, am Boden irgendwo, ne? Jetzt haben wir auch, jeden Fall auch... Real in diesem... Ganz spät im Upgrade so... Solar... Solarium... Sterne... Hier neue... Äh... Batterien. Solarium. Teufel fast. Oh, ich stehe nicht. Oh, ich stehe nicht. Und jetzt... Diese ganzen Planeten, die verlernt. Auf jeden Fall ist ja zu viel verlernt. Das ist ja zu viel verloren. Ch ship. Genau. Ja, ich bin echt dran. Ich bin echt dran. Ich bin echt dran. Ich bin echt dran. Oh, eine große Röder. Wo wir gerade waren, war nicht so viel Gift. Ich glaube nicht. Ich gehe kurz mal unten gucken. So, ich roll mal wieder zurück. Hier unten ist nix. Kacke. Erstmal einmal auf der Suche das Land und jetzt findet man es nicht. Ich bin auf der Suche noch so ein Giftplanet. Und es gibt so Planeten, wo nur Gift ist. So Gift sehen. Und ich finde jetzt gar nix. Das ist doch völlig verarsche. Waren wir nicht vorhin mal auf einem? Oder waren wir einfach nur tief genug? Ja, wir waren glaube ich weit genug unten dafür. Ja, da war ein klein bisschen Gift. Da war nicht so viel Gift. Da war... Da war ein kleines Gift vorkommen. War nicht wirklich so... Nix, worauf wir so wirklich stolz sein könnten. Ah, hier ist... Da war schon wieder in der Reihe. Das macht keinen Sinn, der ist im Gesicht hier. Oh, ich hab noch keine Wochen... Jaaa... Endlich! Endlich! Aced Rain! Da wird das sein! Säurenregen! Da wo Säurenregen ist, dann ist es meistens viel Gift. Hast du das gewonnen? Ja... Das war direkt... Ich hab ganz weit weg geguckt, ne? Dabei war es direkt quasi in der Nähe. Wie so oft? Ja... Das Problem ist... Das sind so viele verschiedene Sterne. Es gibt diese Temper... Temperierenden Sterne. Diese Feuer Sterne, wo alles richtig heiß ist und so. Und die... Das ist eher bei den radioaktiven Sternen. Es gibt auch Frozen Stars, wo es halt alles sehr kalt ist. Und... Er muss jetzt mal gucken. Er übersieße halt gleich so den richtigen Planeten. Wir brauchen unbedingt mal hier äh... Wie heißt es? Wir brauchen unbedingt mal einen äh... Kühlschrank! Ja klar! Den brauchen wir schon was länger. Ich hab ganz viel Milch eingekauft. Jaaa... Und... Mal was anderes. Ich muss mal wissen, wie viel Speicher ich noch auf meine Office-Platte habe. Ey, willst du mal kommen schnell? Komm mal schnell! Ähm... Okay, ich muss dann wieder hochrollen. Moment. Äh... Giftplanet. Das ist bestimmt interessant für deine Aufnahme. Oh... Nanowrap-Bandage! Jo! Ich bin unterwegs! Ich bin unterwegs! Das mit dem Loch, das war doch keine so gute Idee. So... Okay. Ich bin locker. Okay, wir sehen uns wohl rein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017